Na, schau mal an. Ne, Gruppe mit Pull-Timer. Okay. Nö, aber sogar fast rechtzeitig, ne? Also die wollten jetzt hier einen Big Pull machen. Also mehr... Mehr ist das, mach jetzt nichts. Machen wir das so ein Tieren rein? Also, ja gut. Na, lauft bitte nicht alle aufeinander drauf. Jetzt ist der halt in dem Kack-Dings drin. Also der DK macht auf jeden Fall so einen Schaden, da kannst du nichts sagen. Naja, jetzt ist halt... Jetzt ist halt der wieder in dem blutigen Dings drin, weil sie den Kleinen vorher gekillt haben. Dürfen halt den Kleinen nicht vorher killen. Naja, egal. Ich hab so ein bisschen die Vermutung, dass das ein Boost-Run ist. Äh, weil der DK da am Anfang so ein Drama gemacht hat. Na, fuck it. Jetzt werden wir gleich... Kann ich das leinen? Naja, das kann ich nicht leinen. Das interruptet halt keiner. Okay, aber ich wurde instant dispelt. Ja gut, ich glaube, wir pullen doch nicht mehr so viel zusammen. Da geht uns gerade so ein bisschen der Damage hinten raus aus. Hütet euch. So geedit. Jetzt eher so optimal. Wenn wir langsam mal gucken hier. Hütet euch. Hütet euch. Na komm, kommt da raus. Das ist halt wie gesloat und ne Ende. Langsam mal den Boss machen. Muss er dann natürlich wieder durchchargen. Okay, lass den Dude hier machen. Oh, da sind anscheinend schon zwei gerippt, ne? Da kam halt nichts rüber. Ich habe halt aktiv Mitigation gestackt. Da macht der Schlag halt fast kein Damage mehr, ne? Nein, gut, da müssen wir halt trotzdem rausgehen. Vor allem, wenn wir 100% mehr kriegen. Jetzt schauen wir mal. Ich habe ehrlich gesagt, ne? Ich habe mir jetzt hier keine Route rausgesucht. Der eine Dude hat übelstes Drama gemacht. Aber ich will hier einfach nur schnell mal in 15 durch. Ich habe jetzt eigentlich kein Interesse daran. Irgendwie 5 bis 10 Minuten in dem Sheet drin rumzugrabeln. Die Mobs sind halt ätzend. Na gut, der Descartes ist echt gut rausgetauntet. Okay, der ist gerade nochmal raus. Das Problem ist, weil die kannst du nicht mehr bewegen, wenn die hier ihren Shit machen. Macht er sein Schild. Ja, der wird jetzt auch gleich wieder in dem Dings drin stehen bleiben. Haben wir den noch rausgezogen. Passt. Steht der nicht in der Pfütze drin. Sack ist low immer. Ja, der hat die geedit. Das ist der Dekal tot. Wir haben jetzt halt hier alles voll. Die hätte ich jetzt halt nicht alle geedit. Die kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Blut rausgezogen. Ich hasse das immer. Warum müssen Leute reinpullen? Dann ziehen wir jetzt hier komplett zurück. Das ist halt... Ja, jetzt haben wir die nächsten geedit. Ich hasse euch. Warum... Warum pullen sie? Das verstehe ich halt nicht. Jetzt haben drei Leute extra Gruppen geedit. Warum? Das... Na? Das geht halt nicht schneller, wenn man halt einfach immer rein edit. Vor allem die Mobs hier... Äh... Die kannst du immer nicht bewegen. Und die ganzen Kleinen stacken die halt wieder hoch jetzt. Wie... Wie blöd. Jetzt ziehe ich die... Jetzt... Muss ich halt hier nochmal Dings ziehen. Halt nur dumm. Das ist halt nur dumm. Es geht halt jetzt null schneller. Jetzt stehen die halt wieder in der Grütze drin. Und heilen sich halt wieder gegen. Also das... Das... Ja, jetzt steht der eine wieder in der Pfütze drin. Ganz in kleinen Scheiß. Halt sich halt jetzt wieder gegen. Ja, jetzt mach du den nächsten Shit. Kriegst du halt nicht mehr aus der Pfütze raus. Es steht halt in zwei Pfützen drin, ne? Und den da noch rausziehen. Der ist halt wieder komplett vollgeheilt. Aber der ist halt... Das ist halt abgespackt. Wenn der... Wenn der stehen bleibt. Du viele kleine Mobs außen rum hast. Das hat jetzt halt eh viel Zeit gekostet hier. Naja. Jetzt habe ich noch so einen kleinen geedit. Den können wir so weg machen. Tschüss. Der kann ja nix. Den können wir eigentlich dazu pullen. Soll, die einen kamen gar nicht. Soll. Da ist der Heiler da? Ja. Bin halt immer dafür, dass man kontrolliert. Ja. Haben halt wieder die kleinen weggedienst, während der große im Schildmodus ist. Da machst du halt nix. Gütet euch. Na, da halt ein bisschen raus jetzt. Na super. Also, jetzt halt die Grütze. Der Heiler ist schon wieder hops gegangen. Gütet euch. Ja, das killt mich jetzt. Wann stirbt denn der Heiler die ganze Zeit? Das waren jetzt nur drei Mobs. Jetzt kann ich mich halt nicht mehr heilen, ne? Das killt mich halt jetzt. Alter, war das knapp. Holy moly. Der Heiler am Start. 3, 2, 1. Hütet euch. Hütet euch. Okay, ich hätte Inka da nicht ziehen sollen. Jetzt habe ich nix ready gleich für einen... Hm, naja, gut. Bisschen wasted. Hütet euch. Gehen wir noch n Ticken weiter. Dass er keinen Buff kriegt. Damage müsste er erreichen. Ich glaube, ich hätte lieber Inka gespart, weil der eine Dude will jetzt hier... Fuck, da komme ich jetzt nicht rechtzeitig raus, oder? Doch, ja. Ah, jetzt ging halt die Zwilie zur Wüste ganz... Ganz geschmeidig ging sie mal ins Leere. Jetzt... Komm, jetzt lassen wir ihn da stehen. Scheiß drauf. Also er will jetzt vier Gruppen pullen, hat er gemeint. Schauen wir mal. Ich habe halt jetzt nicht sonderlich... Ich habe jetzt halt keine Inka ready. Ja, mit Inka hätte ich da halt jetzt ordentlich reinwämmseln können, aber so ist halt... Ja, so optimal. Na gut. Die Part hätten wir noch mitnehmen können. Aber ohne Inka wollte ich jetzt lieber mal auf Nummer sicher spielen. Problem ist, ich kann halt nicht an die Mops rangehen, sonst kriege ich die halt nicht rausgezogen, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Das ist halt so ein bisschen. Das ist halt so ein bisschen. jetzt stehen die da in der pflanze also der wird läuft das wieder ganz gefährlich also hier wenn du wenn du sie nicht stehst dann älteste die nicht irgendwas im kombat wo kommt denn der mob her ich hoffe es kriegen alle hin dass sie dann jetzt gleich nicht hätten sonst wird es richtig ätzend hier kannst du drücken ne ich brauche kein gear von mythic plus mehr aber aus der weekly chess ne ich brauche kein gear von mythic plus mehr aber aus der weekly chess nur wenn was gutes rollt also ich habe sehr sehr viele sehr viel corruption geht jetzt auch durch die ganzen visions die ich auch wusste und so aber ein gutes wollten wir halt hier den einfach auf die andere seite rüber dann haben wir da nicht das problem einfach hier irgendwo hier müssen wir auf jeden fall safe sein dann können wir da easy den boss pullen teilweise klickst du dann immer auf die leute drauf und kannst du nicht jetzt macht er seinen hit hier mal aufpassen hat sich wer weg scheppern lassen glaube nicht ich habe hier ordentlich reiner jetzt schon mal jetzt bin ich bei 60k dips leute auch kommen wir ein ist jetzt gestorben hier ernsthaft wiederbelebt wir haben noch nie mal boss buff eigentlich sollte der jetzt gar nicht das problem sein eigentlich sollte der nicht das problem sein das bloß unten nicht adden mal gucken wahrscheinlich werden wir den prozenten overkappen also da sollte ich rausgehen wahrscheinlich da müssen wir da wieder raus muss meine ganzen news sachen noch benutzen ich spekuliere halt so ein bisschen drauf dass ich mal noch ein 3er zwielicht zur wüsten aus der mythik plus chest bekommen oder ja mal gucken ist eine andere andere gute item deswegen die m plus kiste kann halt immer noch irgendwo ein upgrade sein wisst du wenn es gut progt es ist halt ein bisschen darauf gegämbelt aber ich finde eine instanz pro woche zu machen ist okay das ist jetzt nicht der übertriebene aufwand ja also es gibt schlimmere sachen ich weiß jetzt halt nicht ob die ob die kleinen viecher lachen hinterlassen okay die ratten die wollten der priester ist eine dinge eingelaufen eine bombe schnell drücken bevor die enden hier muss man einfach nur laufen dann kommen die schweiz wie hier schon mit also das ist natürlich genau august von wissen müssen wir laufen dass die spinne aus land kommt jetzt aber schon gefährlich nah an dem hier können wir so hinstellen würde ich sagen mal schauen da war doch noch ein obelisk oder einen haben wir noch damit können wir dann den rest skippen ja ich kann es am anfang auch viel mehr mobs machen aber ich will halt und gern overcappen skippen 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 6 7 7 7 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 8 8 5 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 7 9 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 8 7 8 9 9 9 10 10 10 11 10 10 10 11 10 11 12 13 Alter. Der Heile halt wieder, das gibt's doch gar nicht. Was trippt denn der die ganze Zeit? Also, der kann sich doch... Der kann sich doch selber einfach heilen. Ich versteh's halt nicht. Gut, die greifen schon ein paar Dings an, aber der stirbt halt schon erstaunlich oft. Ja, super. Kannst halt nicht mal da rauskicken. Hallo, geh da raus, du scheiß Viech. Gehen wir mit dem nach oben. Finde ich zur Wüste und schön den Arsch gegangen. Dann machen wir danach halt oben noch eine Gruppe und gut ist... Oh, der hat ein bisschen Aggro hier. Scheiß auf die Viecher jetzt. Bring den nach oben. Dann machen wir halt hier noch eine Gruppe oder so mit. Was brauchen wir denn noch? Jetzt fragt das halt nochmal das Auge. Wir hätten am Anfang ein paar mehr Mobs machen können, ne? Hier brauchen wir denn noch so einen. Die beiden würde ich nur sagen. Wir hätten da noch wegen... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Er bringt zu wenig, wir nehmen halt die beiden kleinen noch mit Dann kommen wir hin Aber warte, mit denen laufen wir jetzt nach oben Nicht, dass wir mal noch mehr adden Oh, nur drei Minuten für den Boss Naja, keine Ahnung Dass wir nur Double kriegen Wir hätten am Anfang ein paar mehr machen sollen Das wäre ganz gut gewesen Ich hasse diese Viecher, ne? Die kannst du halt nicht wirklich cleaven Ja Schöne mal bitte in zwei Minuten hinkriegen Na gut Zwei Minuten haben wir jetzt noch Ich laufe jetzt einmal durch, nicht, dass ich die anderen weg springe Naja, schon war es nicht mehr durch meine Schilde gegangen Uh, da bin ich jetzt voll durchgecharged, ne? Aber ich wollte nicht, dass der eine hier Oh, es hat schon ein bisschen reingehauen Im einen Dude ist es Chameh Na gut, jetzt haben wir noch eine Minute für Double Ich habe jetzt Inka noch Komm Ich will, dass die einen Double kriegen Ich fau sogar noch mal einen Pot rein Jetzt wird einfach nur durchgelatzt Schauen wir mal, ob es, ob es das wert war mit dem Pot So, alter, der Shadow, wenn der jetzt verreckt, ne? Drei Sekunden sind es noch Ja, das müsste reichen, oder? Hier zwei Mille live Acht Prozent 26 Sekunden Ja, das reicht Wahrscheinlich war es der Pot, Leute Ich sag's euch 19 Sekunden Ja, gut Ach, der eine hat seinen Schlüsselmeister gekriegt hier Der Shami Schau mal an Und was haben wir jetzt drin? Handgelenke Mit Vermeidung Naja Wahrscheinlich werde ich die nie irgendwo brauchen Da hat keiner irgendein krasses Corruption rausgezogen Gut, sind wir wieder mit dem Run durch, ne? Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart Verabschiede mich an der Stelle für den Run Heute da, bis zum nächsten Mal Ciao